Indem du dieses Video siehst, bist du ein Opfer von künstlicher Intelligenz-KI geworden. Wir sind KI tatsächlich wehrlos ausgeliefert. Immer wieder gibt es Fälle, die zeigen, dass KI extrem gefährlich ist. Diskriminierung, Überwachung und Manipulation der KI selbst sind nur einige Stichworte dazu. Jetzt will die Europäische Union eingreifen. Klick zum Science & Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. An künstlicher Intelligenz führt kein Weg vorbei. Jede und jeder von uns kommt bereits jetzt immer wieder mit künstlicher Intelligenz in Berührung. Und das manchmal vielleicht sogar ohne, dass wir es bewusst mitbekommen. Allein in den sozialen Medien spielt die KI eine entscheidende Rolle. Denn sie entscheidet beispielsweise, welche Werbung uns auf Facebook angezeigt wird. Oder welches Video wir auf YouTube empfohlen bekommen. Aber auch wenn wir uns für einen neuen Job bewerben, hat die KI ihre Finger im Spiel. In bestimmten Systemen ist sie es nämlich, die innerhalb der Bewerbungsprozesse eine Vorauswahl trifft. Auch im Bereich Versicherungen und Banken ist künstliche Intelligenz nicht mehr wegzudenken. Nicht mehr die Bankerinnen oder Banker entscheiden zunehmend, welche Personen einen Kredit in welcher Höhe bekommen, sondern die künstliche Intelligenz. Diese Beispiele machen klar, dass KI unseren Alltag und unser Leben enorm erleichtern kann. Aber eben auch das Gegenteil. Menschen werden in ihren Jobs durch solche Technologien unterstützt und Entscheidungen können schneller getroffen werden. Eine Beratungsfirma hatte im Herbst des vergangenen Jahres 2019 600 Unternehmensvertreterinnen und Vertreter in Bezug auf künstliche Intelligenz befragt. Großes Potenzial bietet diese nach Ansicht der Befragten hauptsächlich bei der Effizienzsteigerung und der Verbesserung von Prozessen. Vor allem in der Logistikbranche, der Produktion, der Sicherheit und Überwachung sehen die Befragten die künstliche Intelligenz als mögliche Unterstützung. Doch welche Regeln gelten bei diesen ganzen Prozessen? Was darf die künstliche Intelligenz und was darf sie nicht? In welchem Rahmen bewegt sie sich und nach welchen Spielregeln? Klar ist jedenfalls, dass sie auch zu Bedrohungen werden kann. Auch dafür gibt es einige Beispiele. Ein besonders extremer Fall, den gibt es in China. Hier wird KI verwendet, um die Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Die Rede ist vom sogenannten Social Credit System. Ein datenbasiertes System, mit dem nicht nur die Menschen, sondern auch Unternehmen und Behörden kontrolliert und gesteuert werden können. Die Regierung möchte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das moralische, politische, finanzielle und soziale Verhalten überwachen und regulieren. Pluspunkte können die Chinesen und Chinesinnen möglicherweise schon in naher Zukunft sammeln, indem sie nett zu ihren Nachbarn sind und häufig ihre Eltern besuchen. Eine hohe Spendenbereitschaft und ein ordentliches Verhalten im Straßenverkehr werden auch belohnt. Minuspunkte dagegen beispielsweise gibt es, wenn man sich in den sozialen Netzwerken daneben benimmt. Wer dann nicht in die Kategorie A guter Mensch gehört, kommt auf die schwarze Liste und könnte unter anderem Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche bekommen. Big Data und Big Mother könnten in China in der nahen Zukunft bereits zur Massenüberwachung schlechthin führen. Das Ziel des ganzen Vorhabens, das derzeit bereits in Pilotprojekten getestet wird. Zitat, die Vertrauenswürdigen sollen frei unter dem Himmel umherziehen können, während es den in Verruf geratenen schwer gemacht wird, einen einzigen Schritt zu tun. Hinzu kommt, auch datengeschützte Prognosen sind nicht immer zuverlässig. Auch hier kann es zu Fehlern kommen mit schwerwiegenden Konsequenzen. So wie bei dem folgenden Fall. Die Journalistenvereinigung ProPublica hatte eine Software genauer ins Visier genommen, die das Risiko berechnen soll, inwieweit einzelne Strafgefangene wieder rückfällig werden könnten. Dabei kam ein haarsträubendes Ergebnis heraus. Die künstliche Intelligenz nahm die Hautfarbe der Menschen als entscheidendes Merkmal dafür an, kriminelle Energie auszuüben. Das hatte der Algorithmus so aus den Trainingsdaten abgeleitet. Und auch das hatte damals fatale Folgen. Ein ähnlicher Fall war ein Algorithmus, den Krankenkassen in den USA millionenfach eingesetzt hatten. Die Software war dafür zuständig, über den weiteren Behandlungsbedarf der Patienten und Patientinnen zu entscheiden. Im Einzelnen ging es darum, diejenigen Kranken auszuwählen, die eine intensivere medizinische Betreuung bekommen sollten. Doch eine Analyse ergab, dass der Algorithmus alles andere als unvoreingenommen war. Die Software diskriminierte schwarze Patientinnen und Patienten und stufte sie deutlich seltener als die hellhäutigen Patienten und Patientinnen in höhere Risikoklassen ein. Im Klartext bedeutet das, bei einem vergleichbaren Gesundheitszustand bekommen hellhäutige Menschen deutlich öfter die Bewilligung für eine intensive medizinische Betreuung als die Schwarzen. Und die KI hat eine weitere Schwachstelle, die wir im Auge behalten müssen. Denn künstliche Intelligenz ist, entgegen der landläufigen Meinung, keineswegs davor gefeit, selbst ausgetrickst zu werden. Selbst lernende IT-Sicherheitssysteme können beispielsweise durch vergiftete Trainingsdaten manipuliert werden. Das Beispiel des sogenannten Bayesian-Spam-Filters zeigt dies genauer. Bei diesem statistischen Verfahren handelt es sich um einen Mechanismus, der Spam-Mails blockiert. Mit bereits vorhandenen Mails wird er darauf trainiert, Mails in der Zukunft klassifizieren zu können. Doch das kann schieflaufen, wenn ein Angreifer die Möglichkeit bekommt, manipulierte Mails in den Lernvorgang zu schleusen. So kann das Modell quasi nach den Wünschen des Hackers vergiftet werden. Die spätere Erkennung läuft dann nach den Vorstellungen des Angreifers ab. Eine eindeutige Schwachstelle, durch die eine künstliche Intelligenz relativ easy manipuliert werden kann. Dennoch, die KI ist auf dem Vormarsch auch hier bei uns in Deutschland. Nach Angaben von Applied AI, einer Initiative zur Förderung der künstlichen Intelligenz, gab es im Frühjahr 2020 um die 250 jungen Unternehmen, die KI in größerem Umfang einsetzten. Das waren 15% mehr als im Jahr zuvor, 2019. Die meisten dieser KI-Startups gehören zu den Bereichen Transport, Mobilität, Fertigung und dem Gesundheitswesen. Zwei Drittel dieser KI-Startups sind in Berlin und München zu finden. Doch das große Problem hierbei, Europa hat keine Strategie in Sachen KI und die Rechtssicherheit für Startups und Konzerne ist mehr als schlecht. Hier ist die EU-Kommission gefragt, die nach Willen des Europaparlaments so schnell wie möglich entsprechende Gesetzesinitiativen entwickeln soll. Enthalten sein sollen ethische Prinzipien, doch gleichzeitig wird auch eine Art Überregulierung befürchtet. Dazu sagt die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Nicola Beer von der FDP, in einem Interview mit dem Handelsblatt. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den neu aufstrebenden KI-Sektor in Europa im Keim zu ersticken, weil wir alles bis ins letzte Detail regeln wollen. Neue Technologien und Erfindungen brauchen Luft und Freiheit, um sie entwickeln zu können. Sie und andere DigitalpolitikerInnen fordern eine Art Haftungssystem für Hochrisiko-KI-Systeme. Im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes sollen risikoreiche KI-Anwendungen wie beispielsweise in der Medizin oder Software, die zur Überwachung genutzt werden kann, vorab auf ihre Sicherheit geprüft werden. Die EU-Kommission ist schon seit einiger Zeit dabei, einen klaren und berechenbaren Rechtsrahmen zu schaffen, in der die Nutzung der KI in der Europäischen Union stattfinden kann. Und dieses Vorhaben ist nicht ohne. Denn zum einen muss hier Rücksicht genommen werden auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, die geschützt werden müssen. Dennoch müssen innerhalb dieses Rechtsrahmens auch Innovationen für Unternehmen möglich sein. In einem knapp 40-seitigen Papier haben sich Expertinnen und Experten bereits im April des vergangenen Jahres 2019 dazu geäußert, die Fachleute fordern eine künstliche Intelligenz, der man vertrauen kann und deren Funktionsweise nicht gegen Gesetze verstößt. Zudem sollen ethische Prinzipien berücksichtigt werden und die KI sollte möglichst auf einem robusten, gesellschaftlichen und technischen Rahmen beruhen. Das sind klare Unterschiede sowohl im Vergleich mit China als auch mit den USA. Grob gesagt wird die künstliche Intelligenz in den USA hauptsächlich von Seiten der Unternehmen getrieben. In China ist es, wie bereits am Anfang erzählt, die Regierung, die mithilfe der KI kontrollieren und regulieren will. Beide Nationen befinden sich in einem harten Wettstreit um die Führungsrolle in der Entwicklung und dem Einsatz der KI. Die EU-Kommission setzt dagegen den Schwerpunkt darauf, dass vor allem die Bedürfnisse und die Rechte der Menschen im Vordergrund stehen, wenn Richtlinien in Bezug auf künstliche Intelligenz formuliert werden. Eine komplizierte Geschichte, denn hier muss abgewogen werden. Der Industrie muss es zum einen ermöglicht werden, bei technologischen Neuerungen mitzuspielen. Auf der anderen Seite müssen die Unternehmen die Interessen der Gesellschaft und die Interessen der Privatpersonen berücksichtigen. Die Hoffnung der europäischen Politikerinnen und Politiker ist es, als eine Art Vorbild für die anderen Staaten zu fungieren. Andere Länder könnten also nach Europa schauen und die hier geltenden Regelungen als Maßstab nehmen. In dem Papier des Gremiums wird vor allem gefordert, künstlich intelligente Systeme zu entwickeln, die sich an die folgenden vier Grundprinzipien halten. Demnach soll die KI erstens dringend gesellschaftlichen Schaden vermeiden, zweitens fair agieren, drittens die menschliche Autonomie respektieren und viertens zudem auch erklärbar bleiben. Personen sollen dabei also das Recht haben, dass wichtige Entscheidungen nicht komplett automatisiert getroffen werden, wenn diese dadurch benachteiligt würden. Wenn also ein Kredit von einem System abgelehnt wird, sollte die Kundin oder der Kunde das Recht haben, mit dem Bankpersonal über diese Entscheidung zu sprechen. Oder bei YouTube. Da kann die Entwicklungsabteilung nicht mehr erklären, warum der Algorithmus bestimmte Dinge tut, warum er ein Video empfiehlt und ein anderes nicht. Also, warum du gerade dieses Video hier siehst und warum du es empfohlen bekommen hast. Und das ist gar nicht gut. Die KI übt hier unkontrolliert und vor allem unkontrollierbar Kontrolle aus. Damit eine Diskriminierung von Menschen verhindert werden kann, müssen die Systeme nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorsorglich bereits so entwickelt werden, dass diese Gefahr minimiert wird. Firmen sollten die KI deswegen vor ihrem Einsatz testen, ob sie bestimmte Personengruppen abwertet oder benachteiligt. Anhand einer Checkliste können sich die Unternehmen orientieren. Darin sind beispielsweise folgende Fragen enthalten. Wurde analysiert, wie das System in Situationen und Umgebungen reagiert, die ihm unbekannt sind. Wird verhindert, dass sich Menschen zu sehr auf die KI und deren Entscheidungen verlassen. Und sind die relevanten Datensätze tatsächlich repräsentativ? Doch bindend ist das bisher alles nicht. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im Europäischen Parlament, Algorithmen dürfen keine Blackbox sein und es muss klare Regeln geben für den Fall, dass etwas schief geht. Sie fordert für die KI-Welt ein Regelwerk, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Klar ist auch, dass es hier um viel Geld geht. Europa hinkt China und den USA bei den privaten Investitionen immer noch hinterher. Die EU-Kommission plant aber in Zukunft pro Jahr 20 Milliarden Euro in KI fließen zu lassen. Auch auf nationaler Ebene beschäftigen sich Fachleute damit, eine KI-Strategie zu entwickeln. Erst Ende des vergangenen Monats, Oktober 2020, hatte ein Expertengremium aus Bundestagspolitikerinnen und Politikern sowie Sachverständigen einen Bericht an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übergeben. Nach zweijähriger Arbeit kommen die Fachleute zu dem Ergebnis, dass die KI, Zitat, nicht per se schlecht ist. Wichtig sei jedoch eine demokratische Gestaltung, die, Zitat, auf der Basis einer Übereinkunft über gutes und gerechtes Leben für heute und für zukünftige Generationen ist. Die eingesetzte Enquete-Kommission soll dem Bundestag bei der KI-Strategie Empfehlungen geben. Hier geht es weiter mit Roboter Sophia will Menschheit zerstören, anklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran.